auch noch einen ruf maximal sind ja eh 50 also ja es wird echt teuer hätte nur noch gefühlt du wärst jetzt rauf gekommen ja ich hätte mich auch noch beömmelt dafür boah guck mal seine münzen an und die landen leider nicht mit drin feuer springen mit den unsichtbaren flammen naja stimmt ja ich glaube du siehst nur die augen oder so ne ja irgendwas hast du gesehen und bisschen oben die flamme das war es auch schon ja das hat ja gereicht ich verbringe den arsch meins das war ja schnell danke für die münzen danke für die münzen war ja hätte drauf war ja hätte darauf land können und jetzt kriegt sie eine 1 doch nicht das wäre was gewesen alle hier drüben und dann ist borsa auf dem feld komm jetzt kriegst du eine 1 oder so oder wechselst das ding wechselst jetzt aber noch ne knapp aber du wechselst das jetzt mit einer 1 komm ich wechselst komm ich krieg noch niemanden stern mehr hier tja ey super alter 81 münzen naja und das ist ein computer ne mario's fickband das ist mario dirigent anscheinend oder ne ich schon wieder warum warum jetzt ich dann dauernte an ahnung weil ich zweiter bin vielleicht könnte ja sein Dun 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 dun. Habe ich gerade was abbekommen? Du 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 du. Ich hab gewonnen. Cheater. Ich habe auch diesmal perfekt getroffen. Cheater. Ja ich bin immer ein Cheater wenn ich gewinne ist klar. Du bist so ein dummer Asi echt. Achja. So sie holt sich jetzt einen Stern. Mhm. Vor allem wie sie überlegt sie so lange bis sie sich den Stern holt. Kann auch dafür noch nein drücken. Ja. Cool ich bin dritter. Ja warst du auch sowieso. Ja ja. Ich wollte noch Münzen bei Vario. Wenn man sinnvoll wäre. Der lässt sich nicht gefallen und klaut sich einen Stern von Peach. Das kannst du haben ja. War ja auch nicht viel ne. Ne. Du kannst die Münzen. Maximal so was du kriegen kannst. Bringt das eigentlich was wenn man sowas macht und dann noch dabei drückt? Ne. Doch geht nix. Na so. Ey. Ich hab ein Glück ne. Boah. Boah. Boses Umbruch bitte. Scheiße. Ja. Scheiße ne. Ich verliere doch die ganzen Münzen. Ja. Booses Umbruch wäre geil gewesen. Ja. Ich verliere die ganzen Münzen weil du eh auf mich los gehst jetzt. Und lohnt sich eigentlich gar nicht weil ihr eh keiner die kriegt. Ja. 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 Prügelt ihn klein. Ja. Ja. Siehs ne. Ja, genau, in dem Moment, wo ich lande, ist klar Nein, nein Oh, du verdammte kleine Hure, ne? Bye Wie viel war es? 20 Nochmal oben drauf Ah, danke Das ist faul Oh, wie gleich Du brauchst dir noch einen Stern Warum dauert das Moment so lange, bis die überlegen? Keine Ahnung Sonst ging das doch auch schneller Mann, 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 Mann Ich sag ja, ich hab das größte Pech, was es gibt Ist halt immer eine Überlegung wert hier, ne? Was? Sich da nochmal alles durchzulesen, jede Runde Nein, ich mein, ich hab das größte Pech, was es hier gibt Wer? Ich Du? Ja, klar, ich Er ist auch vierter Du, trotzdem Ich hab nur Bei den scheiß Roulette wegen dem Stern bekommen, das war's auch schon Also ich bitte dich Ich hab das größte Glück Vor allem war ich immer in Bursa reinrennen Ja, nee, ist klar Komm, das ist jetzt nicht so schlimm Arschloch Fick dich Nur durch Eignützen von diesem komischen Spiel Ich würde mal ganz lautstarken auf den ersten einfach reintun Deine Oma tut's ins ersten rein Man schenkt halt Wario Nein, da schenkt sie auch, da schenkt sie mir wieder Ja Ist aber nett von dir, danke, Centus Also halt das Maul endlich mal Arschloch Die hätte ich doch eine Runde Erb brauchen können Halt die Fresse Wolle, mich schenkt dir Münzen und Du gehst bei so einem anderen Scheiß auf mich los Ist klar Na Ja War ja klar wieder Ich sag ja Die macht die ganze Insel jetzt kaputt Ich sag ja Kurz bevor ich da bin Landet irgendjemand drauf Hab ich doch gesagt, oder nicht? Das ist jedes Mal dasselbe Ey, ich krieg grad an zu viel Ich rage hier schon fast Ich hab gleich keinen Bock mehr So langsam Ich bin unameiglich Warte mal 27 Aber komm, du drehst doch wieder gemein Ja, siehst du Und ich lande dann wieder Ich hau meine ganzen Münzen weg Und dann lande ich da wieder drauf Ja, das ist schon die ganze Zeit Ja, sag ich doch Das Spiel mag mich nicht mehr Boah, dieses Dreckspielen, ne? Nein Hast du Oh, Nervennahrung Knopf, Knopf was Geh mir erst von Peach, Barb Wieso Peach? Nein, es war von Peach Clown Oh, nicht Wario Nein, es war von Peach Clown Oh, hallo, Rot jetzt einmal Oh nein Ah, gut Ist das interessant? Nein Ready? Go! Er ist da. Boah, dann hast du gesehen, wie ich immer fast wegrutsche. Dann gehe ich ganz kurz vom Gas und dann gebe ich wieder Gas. Langsam habe ich das Teil drauf. Früher konnte ich das echt gar nicht.